hallo leute ja wir sind hier draußen bei darf waters hatten hier unten dump cabbage irgendwo hingebaut und hier war die furniture bei dem furniture hat mir der patrick boyer oder boyer weiß ich nicht wie ausgesprochen wird geschrieben dass ich da noch was einstellen muss das werden wir noch ein logo tun damit da die türen reinkommen so furniture da müssen wir natürlich auf custom gehen und dann müssten wir auf den typ türen wählen hier hat er geschrieben und dann noch auf die türen nicht warte mal wir müssen allen machen und dann türen dann kommen dann die türen rein und dann war die qualität ist die tür der tür und die totale qualität ist mit diamanten drinnen sag ich mal und da könnte man jetzt den standard zum beispiel rausnehmen ich hoffe die qualität steigt hier so standards raus und well crafted raus vielleicht und dann feine kraftet das nehmen wir noch raus und das soll mal so sein dann kommt diese qualität da rein und hier standard obwohl das das würde ich jetzt erstmal so lassen oder ja das lassen wir so gut dann haben wir das auch geklärt die sind hier wahrscheinlich noch am reinpacken hatte das muss so das muss so das ist schon durch ne 119 sachen werden da noch erwartet das läuft also noch wir müssten eigentlich gucken aber das warum haben wir das draußen gemacht das weiß ich jetzt nicht aber wir müssen gucken dass wir vielleicht hier noch räume machen wo wir mehr rein kriegen hier sind ja auch so sachen drinnen die tische zum beispiel dass wir danach qualitäten vielleicht mal sortieren oder so ne hier soll noch steine rein aber die können sie auch noch machen aber die pri oder eine frage so haben wir sind wir überhaupt ach wir sind noch gar nicht am laufen okay jetzt läuft hier hatten wir schon was neues gemacht hier auch ja das was ihr geschrieben hatte dass ich hier bei der dingen zu hoch und runter kurze wege und so was das ist nicht meinst das werde ich nie hinkriegen das ist jetzt halt so ne schauen wir mal hier wie es mit den türen ist aber hier ist noch nichts passiert glaube die türen sind hier alle noch gedoppelt ich hoffe ich habe das so richtig gemacht aber ich meine jetzt ja jetzt wieder irgendwas offen da weil die haben wir hier die dumpingzonen haben wir also eigentlich müsste das soweit klappen hier ist aber niemand hier ist auch niemand die laufen also okay die bringen natürlich jetzt vielleicht gerade die sachen alle dahin das könnte natürlich auch noch sein so er ist hier im record keeper und macht das wo jetzt fehlt oder ist hier ein hund gestorben okay glaube ich hier ist kein hund mehr dran oder doch stray war dog das ist sein ach da oben ist hier ist aber keiner dran oder hier fehlt doch einer stray puppy die passen als war gerade alle auf weil da so viele rumlaufen die sind alle hier bei dem muttertier wahrscheinlich oder wo ist denn dieser stray war dog ich glaube wir machen da noch jemand anders dran weil der ist ja gar nicht da haben wir denn hier ja und stray war doch kann man bestimmt nicht mehr oder stray puppies sind hier stray dog ist hier dann nehmen wir den doch mal dazu hat er das jetzt gemacht ja ich hoffe das funktioniert dann so dass der große hund jetzt da dran kommt ich hoffe das macht dann auch einer weil irgendwie okay die kleinen hunde die werden jetzt auch alarm schlagen wenn irgendwer reinkommt das ist auch klar so wir haben draußen tiere und wir haben drinnen tiere hier haben wir keine nest box die gehen wir nur draußen da ist halt so gut hier sind anziehsachen drin und was für ein lager finished goods ok da sehen wir nicht ganz so viel drinnen naja hier und da und es macht keiner was kann da sein ja blöds workshop add new task cut games cut games macht das mal dauerhaft was haben wir hier für ein carpenters workshop da haben wir jetzt nichts drinnen wo ich jetzt sagen wir das brauchen wir gerade oder barrels wäre vielleicht noch sinnig zu machen haben wir auch dauerhaft gerade da ist aber niemand drinnen hier haben wir den make rock block das ist schon ok dann aber wir müssten mal gucken dass wir hier craft drafts workshop make rock amulets können wir mal aufhören und machen da jetzt mal nicht amulets sondern und das machen wir dauerhaft war das jetzt hier ja getränke haben wir keine still macht das mal auch dauerhaft gerade kitchen macht die auch mal gerade ein bisschen damit wir immer was zu kriegen buttress workshop haben wir da welche weiß ich nicht das kann man auch dauerhaft stellen meines erachtens das geht jetzt nicht weil kein heid da ist wir haben jetzt noch immer dieses tier drinnen was ich immer noch nicht geschafft hat herauszukriegen und ich habe es immer noch nicht nachgelesen wie es geht wie man den frei lässt weiß ich immer noch nicht gut das haben wir geklärt was haben wir hier für einen shop ach so das ist der jevory und das ist auch der macht cut games und der soll dann das verzieren eigentlich machen polish stones increase feature was cut games machen wir so erstmal gucken was dabei rauskommt und hier sind wir mit first signature machen wir gerade auf custom da kommen 8 cabinets sind das ok die sollen da rein hier sind dann die verschiedenen qualitäten das lass erstmal alles rein machen und hoffen dass überhaupt was rauskommt gut haben wir soweit wie sieht es aus food 600 drinks ist definitiv zu wenig die sind schon abgereist wir haben wahrscheinlich noch nicht mal geschafft das da rein zu kriegen alles ne müssen wir weiter gucken dann was haben wir jetzt hier kip udemina planta cancels mac close brasilet needs one unset plant close wieso soll der anzieh sachen machen closed brasilet haben wir da irgendwas falsch gemacht ach klaus ich wollte kein close gute frau hier geht es ja noch weiter horn pearl silk ok da gibt es ganz viele sachen aber wir müssten gucken dass wir die auch haben hier können wir wohl nichts gerade so richtig machen make instrument geht nicht gut ja dann mach einfach da was aus holz und ah ne warte mal da machen wir nicht aus holz das machen wir aus stein rock brasilets so und das bitte gerade dauerhaft damit was kommt nice amulett haben wir schon ein paar gut ist das hier dimple cup ist hier überhaupt was angepflanzt hier unten irgendwas ich hoffe das sind plump helmets sehe ich jetzt hier nicht so wirklich ne doch da unten stand es passt hier unten haben wir auch noch mal welche hier jetzt nicht das was wir alles brauchen wahrscheinlich ne gut was können wir lager technisch noch fragen also ich würde sagen wir können wir hier noch räume ausheben dieses damals ging es so shift taste pfeil runter oder steuerungstaste ernst von den beiden war es und dann wurden gleichzeitig die passen runter gesetzt ist das jetzt 369 passt wohl nach steht jetzt habe ich aus versehen weg geklickt da kriegen wir jetzt auf jeden fall noch was hin was haben wir hier stehen was haben wir hier stehen slave table ja da müsste man jetzt eigentlich mit den tischen anfangen mal qualitativ etwas zu ändern wie sieht es denn hier aus macht hier irgendwo einer was ja da schläft einer wahrscheinlich was macht er gerade er geht da rein unter durst hat aber ein stück mauer gebaut das ist ja schon mal kurz gehen sind auch mal angebaut worden aber es müsste auch noch was abgerissen werden das muss da weg in bed view ja das ist ein schönes bett aber ist da an der falschen stelle halt ne ist denn an unserem dampf was passiert also holz ist schon mal weniger glaubt gewonnen ah hier sind schon mal türen reingekommen jetzt ne das wollte ich nicht ich wollte eigentlich sehen was da ist ne kann ich das denn sehen fillet door okay drei tolle türen haben wir aber blöd dass ich die draußen gemacht habe das ist vielleicht nicht so die idee ne sind wir denn hier mit 369 369 war natürlich auch falsch unterwegs ne weiß auch nicht warum ich das so gemacht habe vielleicht wollte ich hier noch ein gang graben oder sowas ist ja vielleicht auch nicht verkehrt ne glaube da ist ende mal gucken wie wir das weitermachen ach so warte den den wollte ich da weg radieren besser da sollen sie erstmal das machen warum laufen die alle so langsam was tragen die so schweres dann fehlen hier wheelbarrows drin fehlen hier wheelbarrows drin hm das kann ich hier nicht einstellen sondern hier da machen wir noch zwei rein dann da sind schon vier drin erwarten wir da sind schon vier drin erwarten wir dann dann macht er ja komm dann noch vier rein dann hier muss das auch so sein aber dann sogar fünf drin dann noch besser hier ja vielleicht machen wir hier mal noch ein tunnel ein bisschen breiter jetzt gerade hin weil da so viele lang laufen ne noch lang laufen vielleicht gräbt das nur einer aus hier sind die wheelbarrows drin da drei hier wird was gemacht halt sie ah der hat was gesät das ist schon mal gut plump helmets na dann aber getränke sind halt wenig ne aber ne wir haben jetzt 44 sind wir jetzt auf 70 weil wir ja auch welche angeschmissen hatten das war ja das nächste da haben wir gar nicht angehabt wo haben wir denn jetzt hier unseren aufenthaltsraum eigentlich noch gar nicht ne doch ne haben wir noch keinen aufenthaltsraum dann jetzt zeit den wollen wir hier wahrscheinlich hinbauen kann das kann das sein äh so jetzt wollen wir da tische reinbauen das wollen wir auch öfter machen das selekten wir das ist frei da kommt ein tisch da kommt ein stuhl das ist frei da kommt ein stuhl da kommt ein tisch so und jetzt wollen wir hier natürlich top qualität eigentlich haben ne warum ist hier jetzt so ein pfeil vor ach so das kann man aufklappen weil es noch drei sind alles klar das heißt ich glaube der ist besser den und den packen wir da hin so da haben wir schon mal drei tische so jetzt noch stühle da dran machen jetzt müssen wir noch gucken ob wir welche haben ne wir haben keine thrones gut das heißt das war hier der Carpenter ja fangen wir jetzt auf thrones steht da und nicht chair chair ist hier gibt es denn auch thrones ne dann machen wir chairs und das sind dann die thrones wo sind sie denn jetzt da äh den hat er jetzt so schnell gemacht dass er schon weg ist habe ich jetzt was übersehen make bad ist da oben hey halt stopp jetzt muss ich jetzt habe ich irgendwo aus versehen eine taste erwischt ist pause ist pause so nochmal hier rein add new task chair und repeat gut gut kommen da jetzt welche raus ist dann die frage ne custom da sind ganz viele sachen die wir ausgewählt haben furniture ist auch drinnen aber das ist irgendwas mal da falsch eingestellt würde ich sagen sonst würde das ja klappen also materials aus wood core qualität achso deswegen wahrscheinlich ne den machen wir da nicht doch da machen wir erstmal alles rein wieder all other materials mach auch erstmal ne da soll nur wood dran ne kann auch all rein ja mach erstmal so dann wird da auch was hoffentlich reingelegt aber drinnen ist noch keiner ne ja der task ist jetzt auch weg warte da müssen wir hier links wahrscheinlich gucken winter ist da could not find pass wo ist der pass oh das ist hier ganz schlecht wenn er da jetzt drinnen ist und der verhungert uns wer kann denn jetzt hier mal das schnell ausbauen wer bist du eigentlich wie kann ich die priorität hiervon ändern das wäre jetzt wichtig dass man gerade pause machen so set digging order das sind die richtigen sachen da kannst du bereich machen show advanced options selected high der ist dabei jetzt rausgekommen aber wie oder blinkt der da gerade da ist auch einer eingegraben na super wie ist der denn da jetzt hingekommen der hat auch die axt zum holz fällen ach so ok komm dann so so bis dahin und bis dahin ich hoffe der macht das jetzt alles mit 1 jetzt sind wir glaube ich noch in der pause ne oder ja ich hoffe da wird jetzt schon geblinkt jetzt wie kommt der da hin der kommt jetzt da her ach dieses feld ist noch nicht fertig deswegen kommt er da hin ja dann ist ja mal gut dann kam der da auch raus gut ok da hatte ich jetzt schon sorgen drum und das machst du jetzt nicht gut das wird dann auch gemacht ok türen sind jetzt hier tatsächlich keine drinnen und die anderen türen sind immer noch hier drinnen ne hmm das werden sie mir angucken da bin ich mir noch nicht sicher wie das wird ne oh was ist jetzt passiert erstmal langsam das war so ein komisches so left click to center and expand option right click to dismiss ist ristro form society wo ist denn der da da und kraft draft workshop hat er auch geklemmt den da ok ich hoffe der kann da jetzt das machen was er will war das der gleiche warte nochmal pause ja aber da drinnen ist er jetzt nicht ne oder doch ist er dann war das der gar nicht aber der ist jetzt dann auf jeden fall an einem meisterstück am arbeiten aber der ist jetzt dann auf jeden fall an einem meisterstück am arbeiten ich hoffe das ist jetzt die mysterie construction ich lasse das mal drinnen stonecrafter ist klar ah logs da müssen wir uns noch drum kümmern komm bevor ich das vergesse machen wir jetzt logs erstmal fäll mal die bäume alle dann passt das schon ne was ist das für eine anzeige hier change to blueprint only mode ah ok da könnte ich jetzt noch was anderes machen wer ist das da ist da weg wer ist das wer ist das der schläft hier draußen ja das mit dem betten ist vielleicht auch noch gerade ein problem das liegt aber daran dass wir sach schon da am umbauen sind gut und und hier sazi europa fest create a masterpiece elder barrel ok dann haben wir das schon mal some migrants has arrived oh 1 2 3 4 leute zum beispiel population 31 auch gut ne zum martians vom we will be leaving soon aber die müssen ja schon weg sein oder da ist jetzt der broker der da jetzt nicht sein muss ne achso da liegt was auf dem tisch deswegen schon wieder falsche taste hier nicht gedrückt gut lass weiterlaufen das ist erstmal gut und das war er jetzt mit dem masterpiece da bin ich gespannt was er da raus macht weiß auch nicht ob das spiel anhält dann naja egal wir machen erst einen cut hier ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch macht euch die glocke an damit wir jetzt das nächste video hochladen gerne kommentare schreiben gerne videos schreiben gerne kommentare schreiben gerne das video teilen und wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao mal 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 jaw sind x nicht Product